Moin Moin und Willkommen zu uns zu Let's Play Pokémon Feuerhaut Randomizer Wetlock Ja, wir sind in der Psycho-Aren... Ich kann nicht rennen, stimmt. Ich kann ja hier nicht im Gebäude nicht rennen Wir sind in der Psycho-Arena und... ja, kämpfen uns jetzt hier durch Wir sind endlich aus diesem scheiß Silphco-Gebäude raus Da bin ich immer noch ziemlich froh, dass es endlich vorbei ist Und ich bin einfach mal echt gespannt, was wir jetzt so in den nächsten beiden Arenen alles finden werden Weil, wenn ich jetzt bei dem... ach ja, Rauhaut Ähm, Rauhaut? Ist doch nur eine spezielle Attacke Ach, was weiß Ähm, wenn ich bei dem Plan bleibe, dass ich ja erst, ähm, sämtliche Vortrainer in beiden Arenen besiegen will Und dann bei der... äh, bei der Arenaleiter Davon abgesehen, dass es mir so im Nachhinein aufgefallen ist Dieser Plan könnte ultra nach hinten losgehen Ähm, aber das werden wir sehen Ich hoffe ja einfach mal, dass es nicht passiert Ähm, ich bin einfach mal sehr gespannt, was wir so bei den Arenaleitern sehen werden Weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die von Pokémon haben Ich erinnere mich halt echt nur noch, dass Koga einen Slymog hatte Ich meine, er hatte auch einen O-Mod Und Sabrina hatte, meine ich, Pantimos und Simsala Aber war da noch was bei? Aber Pantimos bin ich mir nicht mehr mehr ganz sicher Ich meine, jetzt wird die beiden, die mir einfühlen Weil Psycho gab es in der ersten Gen auch nicht so viel Hypno, Pantimos, Simsala, noch was Ja gut, Kokowai, aber ich bezweifle es, dass sie einen Kokowai hat Und gab es noch was? Ich weiß es gar nicht mehr Irgendwann haben wir gesagt, wir haben Pandora besiegt Wow, wir haben einen ganzen Planeten besiegt Nein Vielleicht haben wir auch einen Geist besiegt, niemand weiß es so genau Machen unsere Psychokräfte Angst? Äh, nö Ganz ehrlich Nö Das macht mir eher Angst, dass du da Meisterbälle fliegen lässt Das sieht einfach aus wie ein Meisterbälle, in dem sie es halt so viele eingefärbt haben Steuerrock Ähm Äh, nö Nö, nö, das funktioniert nicht dazu Wir hätten auch einen Steuerrock haben können Okay, das funktioniert vielleicht auch nicht so So ist es ruhig zu wechseln, für Schaufler und so Aber jetzt ist Eisenabwehr und jetzt ist Schaufler auch wieder egal Hm Okay, ich muss wechseln Okay, bei einem Verteidigungs-Drop ist das ziemlich scheiße Da muss ich raus Ich brauche Jetzt kommt jetzt noch eine Bodychecker Aber gut, Rückstoßschaden Was ist jetzt von Stärkern? Schaufler oder Psychokinese? Äh, Psycho-Stahl War das hier neutral oder nicht sehr effektiv? Ich weiß es nicht mal mehr Mal einfach Schaufler Schaufler Ist doppelt sehr effektiv und ja, auch mit einer Eisenabwehr drin Sollte es doch eigentlich reichen Und dem Rest dann noch Soll ich genießen, hätte wahrscheinlich genauso gereicht Rape Spawn Ah, bleiben wir mal drin Und machen wir nochmal Schaufler Das kannst du nicht Verhöhner Ist okay Verhöhner habe ich irgendwie so selten ein Problem mit Als nächstes Okay Abschlag ist nicht so schön Wow Das war ein Crit Ach, genau Abschlag wurde ja in der fünften Gen war es, meine ich Äh Schaden, glaube ich, verdoppelt Den er gemacht hat Oder das hatte Wie viel Schreck hatte Abschlag in der dritten? Weiß nicht, sogar nur 20? Dann wurde er später hochgesetzt auf Was hat er jetzt in der fünften? 60, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr Ähm Ich hoffe jetzt einfach mal auf den Sonnentag Und dann wäre das natürlich sofort weg Mit Schaufler Meteorolog Ja gut Jetzt kommt natürlich der Sonntag Och, okay Ich verbudel mich einfach nochmal Ja Doch, ich verbudel mich glaube ich wieder nochmal Obwohl, warte, es könnte Ne, ich heil mich erst Bin mir da gerade nicht ganz sicher Zack Argel schon, ja Hm Jetzt haben wir mal ein Eis Vormeo Mach ich, wenn es gerade Eis ist Versuchen Oder mal eine Kraftreserve Der Schaden Der Schaden Und wieder ein Feuer Vormeo Ich finde Vormeo halt für die Für diese Wetterversion ganz cool Aber Ja Es ist halt Vormeo ist zwar cool Und auch eine nette Idee Aber halt komplett nützlos Seemann Das Problem ist halt einfach Vormeo Ja, es ist sehr vielseitig Und wenn man jetzt Sonntag Hagelsturm Regentanz Und Meteorologe drauf hat Dann hat man auch Ja, eine wunderbare Coverage Nur leider Auch fürs Durchspielen halt Nicht so nützlich Weil man halt immer eine Runde braucht Um den Ähm Den Typ anzupassen Ja, und den Schaden Den man dann dabei frisst Der könnte doch Zumindest für den Nasslock Ziemlich problematisch sein Wo jetzt habe ich gar nicht drauf gedacht Habt ihr von mir so schlecht? Muss, muss es haben Ich weiß, dass man mit Vormeo Ähm Meteorologe vererben kann Also muss es auf jeden Fall Männlich sein können Ich sollte vielleicht mal Die Pokémon tauschen Oder Ach komm Heilen reicht Superdrank Donut Donut könnte mal ein paar mehr KP vertragen Wie viele waren das jetzt eigentlich? Welche haben wir besiegt? Drei oder vier, ne? Ich weiß gar nicht mehr Wie viele haben wir beim letzten Mal besiegt? Egal Ein paar fehlen noch Cool Animation Turbo trainieren Ui, das war wenig Nein Böses Stami Aus Ui Das muss jetzt nicht sein Willst du mich waschen? Genesung Okay, schon mal drei interessante Attacken Turbo dreher Genesung Und Konfustrahl Das sind schon mal drei Attacken Die mir nicht wirklich gefährlich werden Der Konfustrahl vielleicht Will ich verworben halt Ne? Aber sonst Das war auch nur die Hälfte Okay, aber damit sollte das Stami jetzt down sein Weil selbst wenn es nicht reicht Hab ich dann Ups, okay Läuft doch alles noch plan Was war das für ein Moveset? Hat es dann wenigstens noch Blubstrahl oder sowas gehabt? So, wie sieht es da eigentlich gerade im Team aus? Ich denke Bonbon darf mal wieder Machen wir auch bald alle Level 38 Die Arena-Leiter sind 43 Das sollte doch eigentlich machbar sein Hoffe ich zumindest Ich meine eigentlich würde ich Aufwärts schaffe alle Würde ich alle Vorteile in beiden Arenen vorher zu besiegen Würde ich eigentlich Vom ersten Arena-Leiter Sollen wir Level 41 Höchstens ankommen Das ist scheiße gerade Du bist mit Wablu Hm Nicht so schön Also zu wenig Schaden Meiner Ansicht nach Oh, solange du mir Vogelschlag machst Aber es ist nur ein Wablu Nicht mal ein Schnabel würde Würde wirklich wehtun Gegner wird in Weißnebel gehüllt Wollbeat Bleiben wir drin Ist zwar auch ein bisschen suboptimal Aber auch da wieder den Stoß Das war mehr als ich erwartet habe Das war wirklich Das war viel Die Verwirrung schon hier Die erste Verwirrung Ich sag mal wir haben noch Glück Weil Wenn das jetzt hier wirklich als Psycho-Pokémon werden Könnten die wahrscheinlich alle irgendwie Konfu-Strahl, Hypnose und Konfusion Konfusion kann ja auch verwirren Hatten wir dich schon Ne, die haben wir nicht Oh Ich dachte, den hätten wir doch schon gehabt Also, der drunter Äh, scheiße, ich hätte vielleicht mal Opinela heilen sollen Äh Ja, ich hätte jetzt definitiv heilen sollen Überlebst du eine Elektro-Azacke? Doch, der Spezialverteilung war okay Einen musst du überleben Am besten kriegen wir jetzt einfach den Boost Weil dann ist das Ganze überhaupt kein Problem mehr Oh, da Voltensum macht Brüller Das ist quasi genauso gut Okay Brüller Okay Ich meine, wer Oh Sehr schön Tja Moment, nur 60? Hat Kigasauber nicht mehr Hey, Kigasauber noch stärker als 60 Mega-Sauber hatte doch schon nur 60 Äh, ne, in dem Fall nicht In dem Fall nicht Weil zum Heilen habe ich noch Morgengrauen Und, ähm Zum Heilen habe ich noch Megasauber Habe ich noch Morgengrauen Und, äh, Zauberblatt trifft auf jeden Fall immer Und da die Gegner ja auch schon, wenn sowas wie Doppelteam ankam Ist mir das dann irgendwie lieber Ne, das ist jetzt, das ist Quatsch Kigasauber hat doch mehr als 60 Schaden Das brauche ich da erstmal nach Das kann doch nicht sein Das Spiel lügt euch an Knapp Ja, das ist gut Vor allem, das reicht jetzt aber Das ist ziemlich genau die Hälfte Das ist immer unschön, wenn sowas passiert Äh Okay, aber Es ist jetzt nicht nur mal Steinbeuf an Okay Tschüss Lunastein Ich hätte nicht gedacht, dass Psi-Welle so viel Ach, die Psi-Welle war die Ist auch Psi-Welle jetzt gerade nicht Psi-Strahl, oder? Psi-Welle macht ja zufällig Schaden Okay, habe ich wenig dran gedacht Dann einmal da heilen Und Papine vielleicht auch noch rein Ich habe gleich keine Supertränke mehr So, fast alle Level 38 Sieht doch super aus Anders nicht langsam mal alle Trainer Das hier müsste jetzt sogar schon die Letzte sein, oder? Weil wir haben Oben beide Wir haben unten beide Und dann in der Mitte Ne, oben so alle drei Müssten wir jetzt haben Und dann in der Mitte jetzt beide, ne? Dann haben wir Oben links? Haben wir oben links schon? Aber sie können nicht Jedenfalls metern Äh Metern ist unpraktisch Oh, Metern ist richtig unpraktisch Da kann ich überhaupt nichts gegen machen Ach stimmt, was Blödes mit... Das ist jetzt blöd Ich versuche es nochmal mit Silber auch Das macht überhaupt nicht so viel Schaden Aber... Ähm Detailklaube finde ich jetzt uncool Das könnte ja seinen Angriff... Oh, das macht viel Schaden Das könnte ja seinen Angriff erhöhen Das macht überhaupt keinen Schaden Äh Morgen musst du mir jetzt einen Gefallen tun Kannst du dir aussuchen Entweder Du kriegst den Boost Oder du machst einen Volltreffer Suchst du dir aus Mir war beides recht Eins von beiden Müsste es schon sein Okay Ich kenne diese von Metern ist Immer noch gar nicht so wenig Schaden Aber nicht so gefährlich Ja, okay Metern Ja, es gibt halt so Gegner Da ist dieses Team immer noch Ähm Man könnte sagen Ein Problemfall Interessanterweise Brauche ich mich ja vor Gesteinspukmonen Gar nicht mal so in Acht nehmen Weil halt Äh Marzipan kann eine Wasserattacke Bonbon eine Pflanzenattacke Die kriege ich meistens noch recht gut down Klar Ein Gegenangriff ist dann unschön Aber Eigentlich läuft's Das hatten wir schon Genau Das hatten wir auch schon Genau Wunderbar Da waren wir jetzt glaube ich überall Oder hier waren wir auch schon Jupp Gut, dann sollten wir's alle haben Definitiv werden alle Und wir sind bei Sabrina Das ist schön Jetzt muss ich nur den Weg wieder herausfinden Äh Ich gehe jetzt lieber wieder hin und her Bevor ich wild durcheinander gehe Weil ich glaube Der Teleboter führte doch dahin Oder so Das versuche ich jetzt nicht Einer der oberen hier Fühlt mich auf jeden Fall Im richtigen Weg Ich hab noch keine Ahnung welcher Das ist wirklich die einfachste Methode Um durch die Sarinen zu kommen Finde ich zumindest Okay es wird ja oben rechts Komm ich jetzt langsam mal wieder hier raus Hallo Ausgang wo wiesn du Ich glaube bei dieser Methode geht man so ziemlich jeden Teleporter einmal ab Was heißt so ziemlich Ich glaube man geht jeden Teleporter einmal ab Eigentlich könnte ich auch direkt hier schon dabei bin Da könnten wir mal auf unserem Donut runter Nach Fuchsania fliegen Ich denke ich werde Koga sogar zuerst machen Was auch praktisch ist weil ich jetzt schon hier bin Aber ich habe einfach irgendwie Und Koga hat ein Slymog Also normalerweise Das ist ein starkes Pokémon Und da wird natürlich auch wahrscheinlich was starkes für reinkommen Sabrina hingegen hat ein Simseller Und ganz ehrlich Was auch immer für Simseller reinkommt Wird einfach so endlos stark sein Wahrscheinlich da habe ich Angst vor Will ich nicht anders sagen Ich habe Angst davor Deswegen Naja Also ich halte es für wahrscheinlicher Es ist bei beiden In gewisser Weise wahrscheinlich Aber ich halte es für wahrscheinlicher Bei Sabrina am Puppen Insofern wie ganz bei Koga Level 34 Ja genau wie gerade schon Äh Ich wollte eigentlich Blübstahl machen Oh mein Finger wieder schneller als mein Kopf Ich denke aber mal Dass wir dann Viele Trainer sind es hier nicht Ich habe halt Führer 5 im Kopf Ähm Es könnte echt sein Dass wir es schaffen Beim nächsten Mal Schon den ersten Arena-Later rauszufordern Also Koga dann wahrscheinlich Nur Rappel Auch das Tiefel Hm Bin ich aber gespannt Was dabei rumkommt Ich hatte eigentlich gehofft Dass wir es so schaffen würden Beide in einem Paar zu schaffen Aber das wäre nur der Fall Wenn ich entweder jetzt noch Alle Trainer hier besiege Das wird nichts mit Blick auf die Uhr Oder aber ich müsste Beim nächsten Mal halt Vielleicht die gesamte Zeit Für alle Trainer verbrauchen Und das Ist vermutlich nicht der Fall Vermutlich Ich lasse mich da gerne Eines besseren belehren Wobei eigentlich nicht Weil das würde bedeuten Sicherlich halt 20 Minuten Wir sind scheiß Trainer noch eine Menge Weil es könnte passieren Bei solchen Sachen wie Doppelteam Schutzschild Konfusion Also Verwirrung Aber die beiden hier schaffen wir noch Puh Ich werde nervös Einfach in dem Wissen Dass ich zwei starke Arena-Later vor mir habe Und es ist einfach Das gefällt mir irgendwie nicht Auch wenn ich glaube Dass ich eigentlich Ganz gut gewappnet bin Ich werde vor allem Ich werde beide Beider Arena-Later Denke ich mit Zornuktu und Octillery machen Da kommt schon der Konfu-Strahl Geht los Ich bin einfach ein bisschen nervös Wenn ich bedenke Dass es Manche Pokémon gibt Die einfach Beide Beide Pokémon Von mir an Ziemlich zerstören Könnten Das Paradebeispiel Wäre glaube ich Kapaloris Wenn Einer von beiden Kapaloris einsetzt Und ich Ja Völlig egal Tornuktu und Octillery Haben beide Einem Kapaloris Vermutlich nicht viel Entgegenzusetzen Octillery noch die bessere Chance Einfach weil Vermutlich hat er jetzt nicht Gerade die stärksten Pflanzenattacken Jetzt wahrscheinlich Keinen Solarstrahl Oder so Aber schon Digasauer kann es auf jeden Fall Würde wehtun Ich bin blöd Ja Diese Dieses Selbstverletzt War absolut verdient Muss ich mal sagen Wow Ich rede Und höre auf zu denken Wie kam ich gerade auf die Völlig beknackte Idee Ruckzukieb gegen Einen Tronfugel Einzusetzen Wow Ich glaube Da war Marzipan Jetzt verwirrt Wegen mir Wegen meiner Sau Du Mensch Hör auf mit Volltreffern Das mag ich nicht Marzipan ist nicht mehr verwirrt Der Trainer hat die richtige Entscheidung getroffen Also ist Marzipan nicht mehr Mehr verwirrt Wow Entweder bin ich müde Glaube ich nicht Oder ich bin Keine Ahnung Dumm Alles deutet auf das Dumm hin Gut Ich würde mal sagen Tja Am nächsten Mal dann Der Rest der Gift Arena Und dann Ja Ziemlich Sicherheit auch schon Koga Ich bin nervös Gut Man kann berechtigterweise bei jedem Arenaleiter nervös sein Vor allem in dem Randomizer Wenn man halt nicht voraussehen kann Was diese Arenaleiter einsetzen wird Ähm Das möchte ich gar nicht Ich trainiere jetzt noch Octillery Also Waffe und Waffe ein bisschen Und ich bin nicht so bei den Namen Manchmal bei den Poké Was eigentlich Warum? Ich sollte mich mal vor alles entscheiden Ich werde die beiden so ein bisschen trainieren Wenn es gut läuft Kriegst du noch Wenn es gut läuft Kriegst du noch mit 40 Bevor wir zu Koga kommen Warum gut ich ja nicht Aber ich werde es versuchen Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal